In diesem Video erkläre ich dir etwas zu dem Thema Harnsteine, wie sie entstehen, was die Ursachen dafür sind, wie man sie therapiert und wie du dich prophylaktisch davor schützen kannst. Harnsteine, lateinisch Urolite, sind kristalline Ablagerungen, sogenannte Konkremente, der ableitenden Harnwege unterschiedlicher Zusammensetzung und Größe, die aus dem Urin gebildet werden. Abzugrenzen hiervon sind Verkalkungen des Nierenfunktionsgewebes, z.B. bei einer Nephrokalzinose, die außerhalb dieses Hohlsystems liegt. Je nach Fundort unterscheidet man Nierensteine, also Lage im Nierenbecken oder in den Nierenkelchen, Harnleitersteine, Lage im oberen, mittleren oder unteren Harnleiter, Blasensteine, Lage in der Harnblase oder Harnröhrensteine der Harnröhre. Harnsteine können aus unterschiedlichen Gründen entstehen, so z.B. infolge einer Entzündung der Nieren oder der ableitenden Harnwege, aufgrund einer zu engen Harnröhre, als Folge von Gicht- und Zuckerkrankheit, also Diabetes, oder durch Genuss von übermäßig viel Oxalsäure in bestimmten Lebensmitteln. Ferner können angeborene Stoffwechselstörungen wie eine Cystin-Uri oder auch ein Morbus Crohn zur Steinbildung führen. Harnsteine können entstehen, wenn Mineralsalze ausgefällt werden, die normalerweise im Urin gelöst sind, z.B. Calciumcarbonat, Calciumphosphat und Calciumoxalat. Bei einem hinreichend großen Säuregehalt des Urins können sich zunächst kleine Kristalle bilden, sogenannte Blasengries oder Harngries, die sich allmählich zu größeren Gebilden zusammenfügen. Im Extremfall kann das gesamte Nierenbecken durch diese harten Einlagerungen ausgefällt werden. Das nennt man dann einen sogenannten Ausgussstein. Da in der Vergangenheit zur Analyse von Harnsteinen häufig Mineralogen hinzugezogen wurden, hat sich bei vielen Steinarten bis heute die mineralogische gegenüber der chemischen Bezeichnung durchgesetzt. Harnsteine bleiben häufig lange Zeit unbemerkt und werden erst auffällig, wenn sie sich, meist unter extrem starken krampfhaftigen Schmerzen, was man Koliken nennt, im Nierenbecken oder im Harnleiter verklemmen. Harnsteine aus Calciumsalzen können bei Röntgenbild, Harnsteine aus Harnsäure, also sogenannte Uratsteine, per Ultraschall nachgewiesen werden. Als Therapie der Kolik werden schmerzlindende Medikamente gegeben, was in den meisten Fällen bei ungefähr 80% für einen Abgang des oder der Steine ausreicht. Falls nicht, müssen die Steine entweder operativ entfernt oder durch Stoßwellen-Zertrümmerung, die sogenannte Extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie, so zerkleinert werden, dass sie selbstständig abgehen. Die Stoßwellen werden von außerhalb des Körpers so auf den Stein fokussiert, dass er in kleine Bruchstücke zerspringt. Also allein getrinken großer Mengen zur Austreibung der Steine ohne zusätzliche medikamentöse Behandlung ist nicht erfolgsversprechend. Der Spontanabgang kleiner Harnleitersteine kann durch Medikamente wie Alpha-Blocker, zum Beispiel Tamsulusin oder Nifidipin erleichtert werden. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Off-Label-Use, das heißt, dass das Medikament eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. Das chirurgische Entfernen von Blasensteinen war bis ins 19. Jahrhundert ein eigenständiger Begriff des sogenannten Lithotomus. Als Vorbeugung gegen neuerlich auftretende Beschwerden, also die sogenannte Metaphylaxe, wird das Trinken genügend großer Flüssigkeitsmengen mindestens 2 Liter pro Tag und der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel empfohlen. Bei kalziumhaltigen Steinen auf Milchprodukte, bei Oxalatsteinen zum Beispiel auf Rhabarber und bei Harnsäuresteinen auf purinreiche Nahrungsmittel wie zum Beispiel Innereien, Leber und Blutwurst. Bis zum nächsten Mal.